Okay. Hast du deine Sachen weggeworfen? Ne. So, das ist Reddermann. Neue Folge Wingman. Mit dem Mikro von Palkia, a.k.a. Links. Weiter? Ah, nein, einer. Das war's komplett. Ich gebe auf. Ausmachen. Löschen. Ach man. Weg damit. Ich muss mir unbedingt die MP5, äh, MP7 wegholen. Ich brauche die MP5. Let's go, mein Freund. Easy. Hier ist gesmoked. Ich glaube, der kommt von hinten rechts. Nein, Balkon irgendwo da. Die Ecken. Nein, so... Wo der rumsitzt. Hast du deine Aufnahmen jetzt beendet, oder was? Nö. Achso, ich dachte ja. wieso hat er das jetzt nicht gekauft hinten links ist ja der smoke bei mir rechts läuft jetzt noch links kacke ich bin zu dick ich war schade lebt sich hinter dir hinter dir Ich darf doch mal da gehen Hinter dir Komm her, Bro Zeig dich Okay, nice Bot, wieso Bot? Einer von denen ist geliebt Ey, nein Nein Doch, stimmt Nein, hä? Doch Struggle ist geliebt Hier links, hier eine Smoke Die war anders kacke Fick Dauerfeuer Ich hab dich Meryl gelähnt Ich hab dich zerstreht Oho Es hatte die gute Pfaffe ich wollte das machen aber egal 8.000 ich weiß nicht was ich mir kaufen soll ich glaube 50 gerade so unnötig gekauft aber egal hinten am balkon unten rechts unten jetzt hier tritt jetzt nämlich das ein hat auch gelieft oder was also das war vorhin ja ich komme mit den armen durcheinander das nicht k kürzelt auch hinten rechts für das mitte Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, ob ich es war. Wie ist es? Wie ist es? Beide rechts, beide rechts, beide rechts, beide rechts. Och ja, das war's komplett egal. Ah, einfach ein bisschen mehr Einzelschüsse setzen, das ist easy. Was? Ich mach jetzt mehr Einzelschüsse. Versuch nicht mehr, gedrückt halten, krieg ich mir nichts mehr. Kommt mir mir bekannt vor, ich hab das auch mal gesagt. Aber zur Zeit, seitdem ich's gesagt hab, mach ich's nur noch. Weird. Das ist klar, jetzt wird's gefickt. Geil, ich hab den Botkin geblendet. Könnte Balkon sein. Bin nicht, also nicht. Balkon, hab ich. Was hast du denn? Oh, ne Glocke, meins. Ja, einfach ganz sicher sonst nichts mehr. Das ist richtig. Nice Wallach, Bro. Smoke. Thanks. Nice. Base. No, blocker. الذي che Ready. Ah, teck MAC,icanalmal. Let's go. What,力 시작,őtte ? Wuppe. Nöööööööööööööööö, Mansonаботive ? Soll ich mal wieder bekomme. Ja, okay. Ja, wahrscheinlich, oder? Wie schnell hat er sich auch nach links gerettet, um auf dich zu fliegen. Oh, nie. Ach man. Blendsplitter. 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 Vollkorn wahrscheinlich wieder. Ja, wahrscheinlich, Digga. Ich kann dir nur in den Kopf schießen, ich drücke dir aber keinen One-Shot, oder was? Ich mache die 80 KP weg. Ja. 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 Ja, ich höre's. Ey. Oh, das belastend. ich bin so was macht keinen spaß nicht ist es traurig und anmachen muss ganz ehrlich er sagt ja von wegen man hätte an nur weil man guckt ob da einer langläuft das weil er genau in dem moment er kommt ist alles klar noch mehr kopf treffen geht zwar nicht nicht aber okay ich muss ihn raus wie oft soll ich den kopf weil ich noch treffen es reicht doch langsam wird die besonderkaufen ich will die auf scheiße er kommt er das spiel ist schon wieder abgeboten dass man aber stattdessen geben und hier vorhin stehen ja komm 48 habe ich weggenommen 52 noch jetzt auf jeden Fall hier gleich die Ecke hier so einmal knien und wenn ich da draufkomme ok das hätte ich zwar jetzt eigentlich nicht gemacht weil jetzt weiß er ungefähr wo du sitzt aber nee das sieht er nicht wenn er wenn er sowieso nice nice back mit dir alter ja höhere skillgruppe gold nur war drei neu also das hundert mich jetzt ganz ehrlich das hundert mich echt nice peace wir sind gerankt Leute vielen dank fürs anschauen bis zum nächsten mal hauen sie rein und ciao ciao